Unter dem Slogan Wohnen wieder leistbar machen, hat die FPÖ Steiermark eine umfassende Initiativen-Sammlung zusammengestellt, die die vorherrschenden Probleme der Mieter in der Steiermark aufgreift. Denn eines ist klar, im Bereich Wohnbau und Bauwirtschaft muss schleunigst etwas getan werden. Wir haben das Problem, was wir mittlerweile nicht nur Kostensteigerungen haben seit 2021, auch pandemiegeschuldet, selbstredend, aber wir haben hier im Immobiliensektor einfach Blasen gebaut, die heute niemand mehr braucht und auch nicht leisten kann. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, wie wir wissen, die Kinnverordnung und die Standards, die wir brauchen, um bauen zu können, auch von der Politik vorgegeben. Und das wird in den nächsten zwei Jahren vermutlich, so die Wirtschaftsexperten auch sagen, zum Kollaps führen, vor allem was den Wohnbau betrifft. Erst kürzlich wurde von der Landesregierung die Einführung einer Förderung zur Nutzung von Leerständen in Ortszentren vorgestellt. Doch wie effektiv ist das wirklich? Es handelt sich um eine sinnvolle Maßnahme, eine Forderung der Freiheitlichen Partei, die wir seit Jahren schon fordern, Zentren stärken, Ortsbilder beleben. Was bedeuten würde, dass wir diese Leerstände und vor allem die Gebäude, die wir in den Ortschaften finden, wieder mit Wohnungen beleben. Denn nur dort, wo gewohnt wird, wird auch der Ort belebt. Wohnen und Arbeiten als Habitat sind wichtig. Dieser Vorstoß der Regierung kommt zu spät. Aber wie soll leistbares Wohnen künftig sichergestellt werden? Also Standardreduzierung, Kinnverordnungreduzierung, Jungfamilien wird auf den Plan helfen. Und vor allem ein wesentlicher Punkt ist, dass wir Sanieren vor Neubau angehen müssen. Das ist die Frage 1 jetzt da quasi als Forderung, dass wir sagen, es gehören hier in den Ortskernen und auch in den Ortschaften diese Leerstände überprüft. Es gehören diese Maßnahmen der Gebäude etc. dargestellt, um hier umfassende Sanierung, Vorgeschoss, Neubau anzuwenden. Die Freiheitlichen hoffen mit ihrem Maßnahmenpaket den Druck auf die Regierungsparteien zu erhöhen, um der Krise im Wohnbausektor und Bauwirtschaft entgegenzutreten. Und jetzt kommen wir jetzt hin und dann auch hier. Und dann kommen wir zurOOKEN. Und jetzt kommen wir dann wieder ein paar Minuten, die Leute am Schluss des L quelques-uns vorgelegt haben, dann kommen wir zum nächsten Mal nach. Und dann kommen wir da von der Frau, dass wir das alle ... und dann kommen wir das alle ... und dann kommen wir zum Beispiel das concise day ab. Und dann kommen wir mal weiter hin. Und dann kommt das an der Frau,